SRF 3 Oder nur knapp ein halbes, wie lange das Covid-Zertifikat für Genesene gelten soll, sorgt für Diskussionen, denn laut neuesten Daten sind sie ebenso lange geschützt wie Geimpfte. Das alles jetzt im Info 3, heute mit Dominik Rolli. Andauernde Hektik, Stress, Überlastung, das kennen Pflegerinnen und Pfleger nur zu gut. Die Arbeitslast ist gross und ebenso die Verantwortung. Seit der Pandemie ist der Druck in den Spitälern und der Spitex noch mal gestiegen. Nicht wenige hängen den Job frustriert an den Nagel. Das soll sich nun mit der Pflegeinitiative ändern. Sie will den Bund verpflichten, die Arbeitsbedingungen des Pflegepersonals zu verbessern. Doch dem Bundesrat geht die Initiative zu weit. Elmar Plotzer. Die Arbeitsbedingungen des Pflegepersonals seien schwierig, bisweilen sogar aufreibend, anerkennt auch Bundesrat Alain Berset. Deshalb würden Bund und Kantone handeln. So soll innerhalb von acht Jahren eine Milliarde Franken in die Aus- und Weiterbildung von Pflegefachkräften investiert werden. Dieses ehrgeizige Programm könne starten, wenn die Pflegeinitiative Ende November abgelehnt werde. Das ist ein Gegenvorschlag, der nimmt die wichtigsten Anliegen der Initiative auf. Und genau betrachtet nimmt er fast alle Anliegen auf, mit Ausnahme der Arbeitsbedingungen. Weil diese sollen wie bisher von den Sozialpartnern, den Spitälern und den Kantonen selber geregelt werden. Und hier beginnt der Streit. Die Pflegeinitiative verlangt nämlich in ihrem Text, dass der Bund Bestimmungen erlassen soll, damit das Pflegepersonal faire Arbeitsbedingungen und angemessene Löhne erhält. Während der Bundesrat das nicht als seine Aufgabe betrachtet, kontert SP-Nationalrätin und Initiantin Barbara Gysi, dass eine Ausbildungsoffensive alleine nicht ausreichend sei. Es wird seit Jahren mehr Personal ausgebildet. Aber wenn die nach zwei bis fünf Jahren aus dem Beruf aussteigen, dann werden wir den Mangel nie abdecken können. Und es ist einfach auch fehlinvestiertes Geld. Wir müssen Bedingungen schaffen, damit die ausgebildeten Personen auch im Beruf bleiben. Alles andere ist auch wirtschaftlich unsinnig. Und Yvonne Gilli, die Präsidentin der Ärztevereinigung FMH, die gemeinsam mit dem Pflegefachverband die Pflegeinitiative unterstützt, ergänzt. Im indirekten Gegenvorschlag fehle noch eine weitere Forderung der Initiative, die wichtig sei für die Qualität im Gesundheitswesen. Nämlich, dass auch festgelegt wird, wie viel Pflegende es pro Patient braucht. Natürlich kann das nicht politisch eine fixe Zahl sein, aber das muss festgelegt werden in den akuten Institutionen und entsprechenden Abteilungen. Sonst geraten sie erneut wieder sehr schnell unter Druck. Bundesrat Alain Berset hält seinerseits aber fest, während man für die Forderungen der Initiative noch eine konkrete politische Umsetzung finden müsse, könne der indirekte Gegenvorschlag nach einer Ablehnung der Initiative schnell seine Wirkung entfalten. Er macht vorwärts der Gegenvorschlag, ganz rasch umgesetzt zu werden. Das Parlament hat ihn beschlossen. Die Kantone stehen dahinter. Und dieser Gegenvorschlag mobilisiert eine beträchtliche Summe. Schnellere Massnahmen oder umfassendere Massnahmen. Auch darüber wird im Abstimmungskampf über die Pflegeinitiative diskutiert werden. Und wir bleiben gleich bei den Abstimmungen von Ende November. Dann stimmen die Schweizerinnen und Schweizer auch über das Covid-19-Gesetz ab. Die Gegnerinnen und Gegner haben heute ihre Argumente präsentiert. Michael Wettstein. Gruppierungen wie die Freunde der Verfassung warnen vor einer Zitat gefährlichen Covid-Verschärfung und kritisieren insbesondere das Covid-19-Zertifikat. Dieses führe zu einer Spaltung der Schweiz. Befürworterinnen und Befürworter des Covid-Zertifikats argumentieren hingegen, das Zertifikat bilde die Grundlage für Reisefreiheit und grenzüberschreitenden Tourismus. Im Juni war ein erstes Referendum gegen das Covid-Gesetz gescheitert. Eine knappe Mehrheit der Schweizer Bevölkerung ist dafür, dass das Tempolimit innerorts auf 30 gesenkt wird, ausgenommen auf Hauptverkehrsachsen. Das zeigt eine Befragung der Beratungsstelle für Unfallverhütung BFU. Befragt wurden über 1200 Personen per Telefon und online. Bei den Frauen liege die Zustimmung bei 54 Prozent, bei den Männern bei 51 Prozent. Laut BFU kann bei Tempo 30 innerorts rund ein Drittel der schweren Verkehrsunfälle verhindert werden. Nach Frankreich. Dort hat Präsident Emmanuel Macron ein Investitionsprogramm angekündigt, das Frankreichs Industrie fit machen soll für die Technologien der Zukunft. So sollen in den nächsten fünf Jahren 30 Milliarden Euro investiert werden, und zwar nicht nur in bewährte Industriezweige, sondern auch in vielversprechende Start-ups. Fünf Sterne und ich weiss, das Restaurant muss gut sein. Wer im Internet nach Lokalen oder auch Zahnärzten oder Geschäften sucht, schaut schnell mal auf die Bewertung bei Google. Ist ja eigentlich praktisch. Ich weiss sofort, wo es das beste Essen gibt oder welche Zügelfirma zum Beispiel einen besonders guten Job macht. Aber Achtung, solche Bewertungen sind häufig gefälscht. Und Firmen kaufen gefälschte Bewertungen, um weiter oben bei den Suchresultaten zu erscheinen. Und zwar häufiger als bisher angenommen, wie Recherchen von SRF-Data zeigen. Neu ist das Problem nicht, aber warum unternimmt Google kaum etwas dagegen? Und wieso schauen auch die Behörden nur zu? Dennis Joder. Wo kein Kläger ist, ist auch kein Richter. So lässt sich das Problem auf den Punkt bringen. Klar ist, wenn ein Unternehmen gefälschte Kundenbewertungen einkauft, macht es sich strafbar. Denn die gefälschten Top-Bewertungen auf Google führen KonsumentInnen hinters Licht. Und sie schaden ehrlichen Konkurrenzunternehmen, die deswegen in den Google-Suchresultaten weiter unten erscheinen. Damit die unehrlichen Firmen bestraft würden, müsste allerdings jemand gegen sie vorgehen, sagt Florent Duvenin. Er ist Professor für Informations- und Kommunikationsrecht an der Universität Zürich. Es gibt zwei Möglichkeiten. Sie können konkret eine Zivilklage beim Richter einleiten, insbesondere vorsorgliche Massnahmen verlangen. Dann müssten die Inhalte weg von der Website insbesondere. Oder Sie können Strafantrag stellen bei den Strafverfolgungsbehörden und dann müssen die die Sache anpacken. KonsumentInnen- oder Konkurrenzunternehmen müssten also selber aktiv werden. Doch das kostet Zeit und kann ins Geld gehen. In der Schweiz gab es wohl deshalb bisher noch kein Urteil in der Sache. Doch was ist mit Google selber? Müsste das Unternehmen gefälschte Sternebewertungen auf seiner Plattform löschen? Da sei die Rechtslage in der Schweiz unklar, sagt Florent Duvenin. Anders in der EU. Sobald Google weiss, dass illegale Inhalte auf seiner Plattform sind, muss Google sie entfernen. Google schreibt auf Anfrage, man überprüfe Beiträge genauestens und rund um die Uhr auf betrügerische Bewertungen und Dafür setzen wir auf eine Kombination aus Mensch und Technologie. Wenn wir feststellen, dass Menschen in die Irre geführt werden, ergreifen wir umgehend Massnahmen. Von der Entfernung von Inhalten bis hin zur Löschung des Google-Kontos. Die Recherchen von SRF Data zeigen allerdings, dass Google sehr viele gefälschte Bewertungen auf seinen Plattformen nicht entdeckt. Die Datenspezialisten von SRF hingegen entdeckten sehr schnell ganze Netzwerke von höchst verdächtigen Nutzerkonten, die bei denselben Unternehmen ähnliche Fünf-Sterne-Bewertungen hinterliessen. Das zeigt, offenbar hat bei Google das Erkennen und Löschen von falschen Bewertungen keine Priorität. Vielleicht auch deshalb, weil es sehr aufwendig ist und viel Geld kostet, weltweit unzählige Firmen zu überprüfen. Kommt hinzu, wenn gefälschte Kundenbewertungen die Reihenfolge der Suchergebnisse verfälschen, kann Google den ehrlichen Unternehmen mehr Anzeigen verkaufen. Denn die garantieren auf legalem Weg, bei den Suchresultaten zu oberst zu erscheinen. Gefälschte Sternebewertungen dürften deshalb bei Google nicht so schnell verschwinden, wie das zu wünschen wäre. Der Ärger mit gefälschten Kundenbewertungen, das war der Bericht von Denise Joda. Woran erkenne ich als Konsument gefälschte Bewertungen? Dazu hat Lukas Frischknecht von SRF Data zwei einfache Tipps. Bei jedem Unternehmen erscheint oben auf Google Maps so eine Grafik, oder auch auf Google, wenn man sucht, welche die Verteilung der vergebenen Sterne anzeigt. Grundsätzlich sollte man dann sehr misstrauisch sein, wenn ein Unternehmen nur Fünf-Sterne-Bewertungen hat, oder wenn es eben nur Fünf- oder Ein-Sterne-Bewertungen hat. Man kann eben auch auf das User-Profil selbst klicken, und da sieht man, was das Profil so bewertet hat an Unternehmen sonst so. Und wenn dieses Profil dann nur Fünf-Sterne-Bewertungen vergibt, natürlich ist das auch ein Hinweis, dass da etwas nicht stimmt. Und es ist auch möglich für die Profile, ihre Bewertungen alle zu verstecken. Da wird mit Datenschutzgründen argumentiert. Und auch da kann man sich dann die Frage stellen, ob das nicht ein bisschen suspekt auch ist. Weil wenn man ja bewertet, will man ja auch, dass die Bewertungen eigentlich gesehen werden. Ja, und wie SRF Data bei dieser Recherche vorgegangen ist, wie sie gefälschte Google-Bewertungen entlarvt haben, das erklärt Lukas Frischknecht heute in unserem Podcast News Plus zu finden unter srf.ch-audio. Info 3 Mittag Zu einem ganz anderen Thema nun. Wie lange soll das Covid-Zertifikat gelten? Lange hiess es, Geimpfte seien besser vor einer Covid-Erkrankung geschützt als jene, die die Krankheit durchgemacht haben. Für Genesene ist das Zertifikat deshalb weniger als ein halbes Jahr gültig, für Geimpfte ein ganzes Jahr. Doch immer mehr Daten zeigen, Genesene sind mindestens so gut und so lange geschützt wie Geimpfte. Wissenschaftsredaktor Daniel Theiss. Mehr als 270.000 Zertifikate für genesene Personen wurden bis heute ausgestellt. Diese sind sechs Monate gültig, statt ein Jahr wie bei Geimpften. Doch die Genesenen seien gut geschützt, sagt Christian Münz. Er ist Professor für Immunologie an der Universität Zürich. Neuere Studien zeigen jetzt tatsächlich, dass genesene Personen einen besseren Immunschutz haben, als wir ursprünglich mal gedacht hatten. Der Schutz für Genesene ist also mindestens so gut, wenn nicht sogar besser als für geimpfte Personen. Von daher ist der Immunschutz bei Genesenen tatsächlich ein Jahr sicherlich haltbar. Das Zertifikat für Genesene könnte zumindest gemäss wissenschaftlichen Erkenntnissen länger gültig sein. Also dass es tatsächlich unterschiedliche Länge für Genesene und Geimpfte gibt, das ist tatsächlich vielleicht nicht mehr unbedingt notwendig. Es sei aber die Frage, was man mit dem Zertifikat erreichen möchte, gibt Christian Münz zu bedenken. Ginge es darum, sichere Veranstaltungen durchzuführen, wo die Genesenen und Geimpften unter sich genügend geschützt sind, dann sei eine Verlängerung bzw. die Angleichung auf ein Jahr sicherlich vertretbar. Wenn man allerdings verhindern möchte, dass in solchen Veranstaltungen ein Virus generell weitergegeben wird, dann müsste man wahrscheinlich beide Zertifikatsdauern auf die gleiche Länge kürzen und das wäre wahrscheinlich eher die Kürzung auf den Zeitrahmen, der bisher für die Genesenen vorgesehen war. Um Corona einzudämmen, also eher sechs Monate. Doch besonders mit der Delta-Variante ist die Chance auf Eindämmung klein geworden. Sie ist deutlich ansteckender als die vorherigen Varianten. Konkret heisst das, schliesst man die Gesellschaft nicht komplett ein, werden die Reinfektionen weiter zunehmen, bei Geimpften und auch bei Genesenen. Die breite Bevölkerung sei mit einer Grundimmunität, also einer Impfung oder einer Genesung, etwa ein Jahr gut geschützt vor schweren Krankheitsverläufen. Eine Reinfektion in diesem Zeitraum sei dann eigentlich nicht nur schlecht, sagt Christian Münz. Wenn innerhalb dieses Jahres dann die Möglichkeit besteht, für den Geimpften oder Genesenen den Virus noch mal zu sehen, also noch mal milde vom Virus reinfiziert werden, dann hat diese Reinfektion den Effekt, dass es eigentlich das Immunsystem wieder stärkt. Ein natürlicher Boost fürs Immunsystem also. Genesen oder geimpft und dann immer wieder mal infiziert, oder für Menschen mit schwächerem Immunsystem eben nachgeimpft, das ist wohl die Zukunft, die uns mit dem Coronavirus erwartet. Und jetzt direkt weiter mit den Börsendaten von SIX, Michael. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 11'770 Punkten und ist damit im Vergleich zum Vortag unverändert. Der Euro wird zu einem Franken 0,27 gehandelt und der Dollar zu 92,72. Das Wetter heute und morgen ist es im Norden wechselnd bewölkt und teilweise nass bei 11 Grad, im Süden ist es sonniger bei 18 Grad. Das war Info 3, das Team im Studio heute, Dominik Brandt, Michael Wettstein und Dominik Rolli. Guten Mittag. Eine Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch